ja julele was geht ab der Polen am Start herzlichen Willkommen zu einer weiteren Folge Prozent meine Kraft ich weiß es lief schon lang nicht mehr lang ist es her aber es geht weiter Kulat Kulat die Gattels große Klasse Ok Decker war hier fertig Öhm Ofenbrenntasch was ich machen wollte war diese Scheiße hier die ich letztens verbritiert habe denn sieht für ihr aus das das ist ja widerlich was ich hier aber das geht ja mal gar nicht klar ne ne nicht mit mir sagt wir bloß gehen was ich kein Eisen mehr habe ey du ruf zu labern wie kann ich kein Eisen mehr haben wie kann ich kein Eisen mehr haben wie kann ich kein Eisen mehr haben sind hin du musst ja das ist nicht j das ist was passiert ne was will ich mit dem so wie ich mich aber erinnere und zu glauben meine hier war noch mal so ein Arsch der Welt oder so ein ganz ganz tiefer Loch so ein Glurry Hole Mich würde mal interessieren ob das da ist weil wir sind ja alle Waypoints abhanden und es wäre schon lustig da mal runter zu gehen das ist Glurry Hole das machen wir gleich so das war ja fürs erste Mal ja so ja sie tun jetzt hier wirklich los ok da muss ich echt noch irgendetwas anderes machen das sieht ja nicht so schön aus so war mal hier denn schon fertig ja relativ hier war mal relativ relativ genau hier muss ich übrigens noch eine Zauntoe machen und und leider einen Test spürt machen ich hoffe ja nicht wie viele Blöcke spürt man immer wenn man mit Anlauf nimmt scheiße das wollte ich eigentlich hier so testen das geht ja nicht ich mach da einfach da 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 so die sind größeres was und dann teste ich diese zwei Bäume zum Beispiel weg ok ok ich muss jetzt mal den Zimmel da ist was wie ist es von dem Wesen und das Zimmel alles gut so 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 vorbereitet oder jeden Fall noch wir noch wir noch schaufeln mit 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 d ja ein mag r dich war ja so wird Ich weiß nicht, was er so gut ist. Ich weiß nicht, was er so gut ist. Ich markier mir das mal. Perfekt. Damit ich weiß immer wo das war. Piss dich. Perfekt. 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 So. Können wir da immer runterspielen. Meine Finger sind eingeschlafen. Ja ich war schon lange nicht mehr am zocken. Deswegen. Ich schau mal meine Finger jetzt gerade an. Das ist nicht mal ein zocken. Das ist doch voll der große Fehler. Eigentlich nicht mehr zum zocken. Aber wenn man keine Zeit hat. Der Gegner ist richtig schlecht. Blaser. Das ist jetzt so. Perfekt. Perfekt. Ne. Das könnte einfach nicht spawnen. Oh. Oh. Ist das ein Scheiß, ey. Nötet er mich. Ich weiß. Nein. Warte schon. Ja. Ne. Genau. Drunter. Ne. und 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 immerhin etwas Arbeit und mein ganzes Baum ist jetzt weg und immerhin sieht das ein Stimmel aber wir müssen ja noch so eine Träger machen deswegen weiß ich jetzt erinnere ich mich wieder deswegen haben wir die Steine in den Ofen geschmissen und gebaden und ich muss mal gleich anfangen eine Mine zu bauen und jetzt sage ich erst mal so ich bin nicht wieder da so wieder weg da komme ich hin ups ups weh oh so Mann Geh mir aus Gesicht ja 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 so jetzt warte so jetzt war noch dieser Baum hier geht gut aus so ich mach mal kurz so ach so ne fancy sieht schön aus so joa wenn ich nicht gut das Gameplay bieten kann ich schon die so die so die 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 sie Das ist eigentlich eine gute Taktik, um so einen Baum abzubauen, finde ich, da man einfach wirklich alles wird, nur das Ratz-Fatz geht sogar. So, das ist meine Frage, laufe ich jetzt jedes Mal hin und zurück zum Wasser? Ja, muss ich, genau, den Weg muss ich halt von dem Absprung hier von dem Wasser, ja, Weg hier langbauend durch den Wald, zum Glory-Hole, das ist so dunkel, nein, oh nein, aber ich habe jetzt der Gold, aber oh nein, das ist so dunkel, scheiße. Was ist das? Es war hier. Was ist das? Ja, da war gerade übrigens Kohle, also wenn uns Kohle gerade mal fehlen sollte, ich weiß, wo wir was kriegen, wie es sich da machen wird, ich weiß, wo wir, ich hasse es, dann wenn er springt, er springt, dann nicht, ist das ein Arsch. So, nicht verkacken. Oh, das war gerade mega Jumpskillig von mir, äh, wie ist das hier, das war gerade übel zur Jumpskillig. So, 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 und schon sind wir safe an uns, um raus. Das müssen wir auch noch anders regeln, verdammt, ich habe mir so viel vor. Aber man hat echt eine schöne Aussicht, wahr? Irgendwann würde man nach oben gucken, oder so, was, ja? So, soll ich hier jetzt sehen, ich gucke nach oben, oder was? Das ist eigentlich voll so der geile Ausblick, ne? Ich eigentlich schon gleich, muss man schon sehen. So, wenn du, dass du jetzt garst, und, äh, jetzt gucken, da muss dieser Baum auch noch da ab, der, 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 ich weiß nicht, ob ich so weit kommen werde. Egal, 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 ihr wollt noch zum, 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 zum Glory House.